Das ist doch Blaubart, ne? Die stecken schnell, wessen Stimme ist das? Oder habe ich mich verhört? Oder könnte es sein? Hast du den krummen Mann gesehen? Warte, wer ist Jersey? Wer ist Jersey? Warum würdest du dort hinnehmen? Ich interessiere nur meine Ermittlungen, von dort hat Mary die Axt. Ja, voll. Bloody Mary muss durch da. Sie hatte Woody's axe letzte Nacht, versucht mir meine Hände zu schütteln. Vielleicht wenn du da bist, kannst du ein paar Sachen ausfüllen. Ich glaube, ich gehe nach dem Glück. Wenn ich da nicht nach dem Krooken Mann verhüllen kann, vielleicht kann ich genug Ruhe sein, dass der Krooken Mann mich verhüllen kann. Hold on, Bigby, nicht da. Es ist so, dass du Beauty in Trouble wirst. Und... Was lieferst du aus? Hast du den krummen Mann beliefert? Du brauchst es. Was lieferst du aus? Wie ist das die Krummen? Ich kann dir nicht sagen. Aber ich weiß das. Es ist die einzige Krummen in der Stadt, die nicht mit Filet. Ich bin nicht sicher, wie viel die Fischung da passiert. Wie hast du mit dem Fischung gebeten? Johann, der Fischung, hat er ein Problem mit der Refrigeration Unit. Aber als ich fertig habe, war es dein Freund, Mary, die kam zu bezahlen. Du machst ihre Drecksarbeit. Ist Mary immer da? Du willst meine Hilfe, dann kündige ich. Ist Mary immer da? Ich brauche eine Runde auf ihre Reputation. Wenn Mary aus dem Weg geht, muss ich in die Richtung schauen. Ich wollte nur für die Schönheit, geben sie das Kind der Leben sie verdient. Wir sollten nicht so leben wie das. Wir schrauben, um zu gehen. Wir sollten nicht. Wir waren Royalty. Wir waren ein bestimmtes Leben. Aber nicht auf Kost von anderen. Das muss ich nicht. Leck mich wahrscheinlich nicht. Das muss ich nicht. Und wieder mal müssen wir eine Entscheidung treffen. Und das werde ich auch tun. Nur die Frage ist, wohin Lucky Pawn oder in die Metzgerei? Oh, schwierig. Ist beides total spannend und interessant, glaube ich. Ich, äh... Ich gehe immer ins Lucky Pawn, Porn, Porn, weil einfach... Ja, weil einfach der krumme Mann dahinter steckt. Metzgerei ist ja eher, ähm... Bloody Mary-Gebiet, finde ich, so. Klar, da können... Wir können eigentlich an beiden Orten was Wichtiges bestimmt herausfinden. Aber ich entscheide mich einfach mal für Lucky Pawn. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ich begleiche keine Schulden, ich kümmere mich doch nicht. Soll ihn für euch töten? Hm, ich weiß nicht. Das Pärchen ist mir auch irgendwie nicht so ganz geheuer. Also ich meine, sie sind ja jetzt nicht total schuldig. Aber diese ganze Geldgeschichte und so, weiß nicht. Bin ich schon grad froh, ehrlich gesagt, Wulff spielen zu können. Lucky Pawn. Die Bronx. Nachmittag. Verschwinde einfach, Toad. Das sind offizielle Ermittlungen. Wo ist dein Glamour, Toad? Oh, warum? Are you never glamoured, Toad? Why is it so hard to just follow the rules? Look, I know some Fables can switch from man to beast and back again, like changing shirts. But it's not so easy for the rest of us to look human. Alright? And anyways, I'm getting the money right now. I'm not taking the coat. But it's magic. So? Okay, bevor ich den Mantel nehme, ist das nicht Faith-Mantel? Yeah, it is. And so I came here to sell it off. Hey, wait a minute. That's Faith's Code. It was Faith's Code. Look, you left it in my place. What do you expect me to do? Yes, I think the off-sighted statute of finders keepers clearly states that it's his now, Bigby. So what's it gonna be? I don't know what to tell you. See if Cindy needs a code. I don't know. This is to pay for those bloody Glammers, you know? You and your Blink-Groote. Snow kann dir vielleicht helfen. Das ist deine eigene Schuld. Wege die Glammerpreise nicht fest. Snow kann dir vielleicht helfen. I wouldn't have to be in here dealing with this nonsense. You know, maybe Snow can help you out. How could Snow help me out? Give me an advance. A loan or something. She's kind of in charge of the business office now. Well, the last guy who was in charge didn't help us much. So forgive me if I don't expect anything different now. I don't know what you're getting so steamed about. Shouldn't be that big of a shock that I'm not gonna take an ass-haircoat. No, I guess it shouldn't be. Since he's so bleeding in operations just a setup for one of his shady fucking loans. Ich bin wegen der Kredite hier. Diese Kredite sind es nicht wert. Du sprichst vom Korman. Ich bin wegen der Kredite hier. Wie funktioniert so ein Kredite? Well, first tell me, how does it work? You know, I'm sorry Bigby, but I really shouldn't be talking about this one. Nee, das hab ich mir fast gedacht. You know, this is a fucking crooked man place, right? Toad? He uses fancy boys like Jack here to squelch the honest businessman. Forse him to lay on credit into servitude. High interest isn't servitude. And nobody's complained before. Oh, listen. Well, I'll leave you to your business. I'm sure you'll have a luck to talk about. Good luck with that glamour, Toad. Ich hab aber gesagt, du hast den Mantel hier. Gut, nimm den Mantel und geh. Ich geb' ihr mal Geld. Look, I'll give you some money, all right? You've got to be kidding me. Do you even know how much a glamour costs? I've never had to buy one. Cheap your money, Sheriff. I've no patience for charity. If you're gonna be out like this, can't you at least wear a bigger hat? You know, it's getting old to tell the difference. Between what? Between the business office and fables like a crooked man. Who you purportedly seek to protect us from. Either way, I'm getting screwed. Drop by any time. Es gibt immer noch die FAMs. Tut mir leid, in Ordnung. Look, I'm sorry, all right? What else do you want from me? He really grows on you. Look, I told you I work here and I do, okay? So don't look so surprised. And before you ask, I've never seen the crooked man in here. Neither hide nor hair and all that. In fact, as far as I can tell, he's never even actually stepped foot in here. But Bloody Mary works for him. And the last time I saw her, she had the woodsman's axe. So? So the last time anybody else saw that axe, it was here. We'd never take something like that. Is this really why you came down here? Ich stelle hier die Fragen, das und Bales Kredit. Genug holt den Manager, du willst sagen, dass er sie tötet, was für Dinge. What kind of things does he want in return? Could be anything. From the loan plus interest, family heirlooms, to Novelties of a more exotic nature. Magic, memories, parts of you. It's bad. Also alles. Ich werde mich umsehen. Sehen wir von Jersey. Shut up, Jack. But the Jersey Devil isn't here to answer my questions. It also means he isn't here to get in my way. So I'm gonna take a look around. As long as I've got the elbow room. Alright. Don't let me get in your way. I won't. Okay, dann wollen wir mal Schaukasten. Okay. Was wird denn hier gehandelt? Was ist denn hier los? Hey, schau mit deinen Augen. Nicht deine Hände, okay? Nichts Besonderes soweit? Du hast mich angelogen. Wann war Mary hier? Jack? Ja? Wann war Mary hier? Was wer hier? Bloody Mary. Weil der Hände hier war. Aber es ist weg. Und sie hatte es. Also sie war hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Ich will die Wahrheit. Ich rede, oder? Wo wohnt sie? Warum hat sie dir etwas erzählt? Wo wohnt sie? Wo wohnt sie? Wo wohnt sie? Ich habe hier nur part-time. Ich meine, es ist Jersey derjenige dieser Dinge. Er ist einer der Crockend Man-Sams-Boys. Okay? Und es wäre toll, wenn er hier war, war er hier zu erzählen, aber er ist nicht. So, es ist... Jersey, doch... Don't give me that shit. What the fuck is the point of having a system if you're just going to- Except my fucking system. But you... You're the guy who make sure that- I'm the guy who keeps shit in order, and that's it, Woody. Who calls the fucking gate? Jack? Hallo Jungs, der Tochter von Jersey, richtig? Ich habe Fragen nicht, du redest jetzt mit mir, pass auf, was du sagst. Verdammt, Jersey, so was, sag mir, was du weißt. Äh, ich halte Jersey zurück. Zurück, Jersey. Jersey, nimm dich in Acht. Nee, eigentlich nicht. Wow. Boah, was ist das für ein Arsch? Oh oh. I'm just gonna handle it. You fucker. Oh, motherfucker. What the hell are you doing? This is my fucking fight. Not now. Dog, you got a lot of nerve. Na, klasse. I'm protecting you, friend. Too bad you couldn't protect those whores. Ha 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 ha. Go on. Try to stop me. Fucking stay down. There she is. Oh. Thank you. Oh. No. It's just a mess. No. Oh. 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 Hey assholes, I found her! Was für ein widerliches Vieh! So, wanna try again? Warum sollte ich dir, wie kontaktierst du ihn? Ich kann den Spiegel nicht verwenden, wie kontaktierst du ihn? Okay, that's Crane's way. How do you kontakt him? Oh, I don't. He uses couriers for everything. Ravens. Oh, Goblins. The fucking Tweedles. Whatever. Tritt ihn. Oh ja, ich habe dich. Aber weißt du, dass er kaputt ist? Oh, fucking friends. What did you hear? It got broken. Oh, that. Gossip flies fast. We're like a sewing circle. It doesn't matter what you fucking do. You're not gonna get him. You wanna knock on his fucking door and see what happens? Fine. Crane had the mirror. Bloody Mary had Crane. So take your fucking wrecking crew act to the butcher shop. The cut above. If I can find the mirror piece there, I can find the crooked man. That's her spot. That's where all the magic happens. Now leave me. So I can find some aspirin. Oh, oh. Warum als Sitmas Mary da, wenn du lügst, welche wieder kommen? Will Mary be there? You want me to draw you a picture? I don't fucking know. You got what you want. Now get the fuck out of here. Hey, Sheriff. Those girls are still dead. And there's nothing you can do to bring them back. And I don't know what they did. But I do know this. Oh, I'm still dead. It's because the crooked man wanted the dead. That's all it takes. That's all it takes. So you can roar or smash the place up. Oh! Just shut the fuck up, will you? I don't know. I thought, bringing zum Schweiben könnte auch töten heißen. Na ja, okay. Dann war es ja okay so. Damit kann ich leben. Wie sehe ich aus? Gib ihm eine. Ja. Ich tue nur das, das habe ich vor. Ich werde meinen Job erlegen. Was wirst du jetzt machen? Wir sehen uns, bist du okay. Wir sehen uns, bist du okay.